ich habe es drauf mehr oder weniger kein drucker angeschlossen wird mein geburtstags wie alt ist die dass sie irgendwie mit dass sie so eine kamera zum geburtstagsgeschenk bekommt okay weil ich mag sie einfach so retro style kann ja auch sein wo war das hier war das oder wo war noch mal das finger ach da genau was wir sollten das funktionieren dass irgendwie die leute die daran dürfen wie war es doch mal ich gucke einfach auf meinen daumen und guck mal nach wie war noch mal mein fingerbrück okay das scheint aber richtig zu sein das könnte man aber auch schon daran erkennen dass der übergang einfach passt das hätte man auch ohne bild hinbekommen es ist eine rasierklinge warum was hat die leere damit zu tun deswegen die frage weshalb rasierklinge okay wir haben eine rasierklinge wir haben ein megafon einen goldenen anhänger batterie der kamera nö aufschneiden da hinten können wir nichts mehr machen da kommen wir sowieso nicht ran das muss glaube ich dass was sind das eigentlich für riesige schlüssel so fette schlüssel so auf dem motorrad ich meine schlüssel rein und dann umdrehen rack so hey ja oh wasserspender apropos irgendwie schon ein bisschen Durst habe ich schon alle klinge nö an diese kiste da hinten können wir auch nicht ran was ist eigentlich können wir auch nichts mit machen vielleicht können wir den ja rasieren vielleicht können wir uns ja rasieren nö okay ach ja genau da war ja auch noch was die meisten sachen erinnert man sich einfach nicht mehr dran das haben wir aber angelschnur ein kescher und ja das war's die frage ist nur wofür brauchen wir eine angelschnur und einen kescher wir brauchen den pfeil noch irgendwie genau wieder mal rumwickeln und rausziehen da gibt es also doch irgendwas nur was ah ok ach so ich dachte jetzt gibt es lecker hummer schubladengriff natürlich die frau hat den schubladengriff von einer schublade im büro ihres mannes warum denn auch nicht na gut von mir aus ein ein knäuel da haben wir einmal ein türkisen knopf und einmal eine münze und ein isolierband war da nicht vorher noch egal so ist das vielleicht ihr haarband das man da sieht ach so nee es ist ein isolierband okay ja so parkplatz zurück isolierband wofür könnte man isolierband brauchen so wir holen uns einfach mal ein kaugummi warum auch immer voll das fette kaugummi habe ich die falsche richtung gemacht oder so kaugummi und das isolierband und das nö aber könnte uns jetzt ein kaugummi und ein isolierband helfen ich habe keine ahnung keine idee bisher äh so so frech bin ich einfach mal die monitor umschalten mit dem kaugummi nö du kannst es ja anbrüllen lädt auch schnell wieder auf der tipp oder ach da kann ich auch doch wieder ran oh ne war da okay endlich mal ergeben die batterien einen sinn hauptsache man hat sie schon früher mitgenommen okay aus irgendeinem sinn äh aus irgendeinem grund steht kam jetzt da kam eins und kam zwei ne kam eins und kam eins beides aber aus irgendeinem grund filmen wir die ganze Szenerie von unserem Garten aus und von gestern bis heute ist doch heute oder kam diese seltsame Briefkastenfahne von dort nach ich weiß nicht mehr wo wir sie gefunden haben kann ich damit interagieren nö nochmal zurück äh ach ist das so ein unterschiedssuchspiel die ganze Fassade sieht irgendwie dunkler aus der ganze Baum alles sieht winzer aus die Reifenspuren ähm Reifenspuren danke äh Fassade nö macht er nicht äh eine Sache noch nö der Hydrant ist es nicht ach dieses Teil natürlich kam zwei so da fehlt die Tasse das war vorher zu das war das ist jetzt offen die Uhrzeit hat sich aber nicht geändert fünf Sachen noch äh es können ja auch Kleinigkeiten sein wie da die Tasche da dieses komische Teil was auch immer es ist vor allem was ist das hier für eine Arschritze die hier bereits irgendwie eingelassen ist dafür dass man einmal nee 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 ich meine was ist das für eine Ritze die hier irgendwie noch mit drin ist wofür dafür dass es irgendwie falls es da raus und dass das dann da irgendwie besser raus empflorchen kann oder was ich erläutere das jetzt nicht näher tut mir leid ähm okay die haben irgendwie von gestern von gestern auf heute irgendwie ganz 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 viele Bilder irgendwie rangehängt keine Ahnung warum ähm schade ich dachte er erzählt beide das einzelne ähm was fehlt denn noch ach das licht ist an beziehungsweise jetzt aus so was ist was ist da passiert oh es sind Mom und Dad ich hätte besser nach der Orphanage Carol süßes Mädchen süßes Mädchen ein Magnetschlüssel schade wofür brauchen wir denn ein Magnetschlüssel da können wir noch waren da können wir nicht mehr hin da können wir auch nichts mehr machen da hinten können wir noch was machen vermisst immer noch ach da können wir noch ach ja genau können wir irgendwie noch an den Tank ran aber dafür haben wir noch nicht den Kanister noch nicht einen Schlauch so ich wüsste auch nicht was ich hier machen könnte hm so ich bin also frech so zu ziehen die Reisen da können wir irgendwas machen dann frag dich nur was mit dem Auto können wir da leuchtet diese Lampe so auffällig aber ah auf die Lampe selber können wir nicht klicken aber auf das Tor daneben und dann gehen wir zur Lampe also zu diesen Dingens da hin na gut da kann ich nichts rausnehmen warum denn abgeschraubt einfach nur drehen oder was also hätte ich jetzt eigentlich gemacht ähm ok dann klauen wir mal Benzin jetzt bin ich mal gespannt wie er es macht do you even physique hm jetzt bräuchte man noch irgendwie einen Schlüssel oder wäre praktisch ne äh Kaugummi Zange ich habe keine Idee was wir mit Kaugummi noch anfangen können oder Zange oder Megafon oder dem Bogen oder dem goldenen Anhänger ich weiß schon oder zumindest vermute ich da steckte ja so tief drin sicher dass man irgendwie mit ähm der Zange den Pfeil rauszieht habe ich auch immer so gemacht als ich Bogen geschossen habe geht ja auch gar nicht anders egal hey was soll ich mit den Pfeil noch machen ich brauche auch so bäh so genau die Vermutung hatte ich ja schon Isolierband nö reicht schon ok gut ist schon fertig und jetzt hier hin und da hin und da hin und bin ich da aufgekommen egal B200 VRC 775 X 375 X meine ich war es hallo ach soll ich das natürlich ich kann es nicht merken sie ja nicht deswegen ach so ich dachte wie soll es wir abfotografieren aber nö wir reißen es einfach ab und nehmen es mit so ja ich wusste schon vorher welches es ist danke oh das ist ja irgendwie kann ich nicht mit Schrift irgendwie nö was antwort fortgeschrittener da kann man nämlich äh den Atem anhalten so Motorradschlüssel schön wir sind eine kleine äh Bogenschützin das mag ich also ein Junge natürlich wir können kein Auto fahren aber wir fahren wir heizen natürlich mit dem Motorrad aber schön hier lang sind 16 Jahre alt erstmal können das aber schon wir können nicht mal Auto fahren ähm aber egal wir sind uns zu fein zum Fußteil zu gehen das sieht nicht normal aus so ich suche mal in den Büsch ist da irgendwas nö tschüss genau warum eigentlich nicht so verpisst euch geht weg Jo wer braucht schon einen Hund so ich denke mal das wird uns hier nicht mehr helfen warum ist das Waisenhaus tagsüber verschlossen wir können zurück okay wir können also zurückheizen der Junge sitzt da oben und wir ja wir schneiden das mal eben frei wir haben hier einen Flügel ja tschüss Junge ich weiß du brauchst Hilfe hier nimm doch den Flügel dann kannst du runterfliegen obwohl wir helfen doch nicht so bescheuert ähm ach da da hast du deinen Flügel willst aber noch eine Trompete ne ach ja natürlich dann heizen wir nochmal zurück und gehen nochmal hier hin das Teil was irgendwie vor einem Tag aber noch nicht da war warum auch immer so jetzt haben wir eine winzig kleine Leiter Bogen Zange Isolierband Kamera was machen wir mit der Leiter okay ähm ach so ja hm dann ja 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 ja